Heute reden wir über ein sehr interessantes Buch, nämlich Sturm über Tatooine, im Original Tales from the Mos Eisley Cantina. Und dieses Buch ist eine Kurzgeschichtensammlung und die erste Sammlung in der Tales-Reihe. Das waren fünf Bücher, die in den späten 90ern rauskamen von Bantam. Und das waren alles Kurzgeschichtensammlungen und die ersten drei davon, Tales from the Mos Eisley Cantina, Tales from Jabba's Palace und Tales of the Bounty Hunters, beschäftigten sich mit Charakteren aus den drei Filmen der Originaltrilogie. Mos Eisley Cantina, ganz klar, in dem Buch bekommen wir Hintergrundgeschichten für alle Charaktere, die wir da sehen, in dieser Szene. Dasselbe mit Jabba's Palast und dann mit den Kopfgeldjägern aus Das Imperium schlägt zurück. Über Tales from Jabba's Palace oder zu Deutsch Palast der Dunklen Sonnen habe ich bereits gesprochen. Und jetzt hatte ich einfach mal Bock auf Tales from the Mos Eisley Cantina. Wieso es im Deutschen Sturm über Tatooine heißt, weiß ich nicht, aber von mir aus. Wir haben hier 16 Kurzgeschichten und einige davon stammen aus der Feder von Romanautoren, deren Werke wir ja schon kennen. Bevor wir anfangen, muss ich aber auch gleich klarstellen. Das ist auch eine wichtige Frage. Dieses Buch ist eine Kurzgeschichtensammlung und man sollte jetzt denken, okay, dann kann man ja jede Kurzgeschichte für sich alleine lesen, wann immer man Lust hat. Das heißt, man muss nicht mal mit der ersten anfangen. Man kann irgendwo in der Mitte anfangen, falls man sich halt für einen besonderen Charakter interessiert und man möchte die Geschichte zuerst lesen. Nein, das würde ich nicht empfehlen. Eine Besonderheit von den ersten drei Tales Büchern ist nämlich, die Geschichten stehen für sich alleine und beschäftigen sich mit verschiedenen Charakteren, verbunden jeweils nur durch die Szenen, in denen sie auftauchen. Aber die Storys hängen alle bis zu einem gewissen Grad zusammen. Es ist ein wenig wie Pulp Fiction, der Film. Ich denke, man hat ein besseres Leseerlebnis, wenn man das Buch von Anfang bis Ende liest, alle Geschichten in der vorgesehenen Reihenfolge. Und so gehe ich die Storys auch gleich durch, ohne zu spoilern. Die Geschichte beschäftigt sich mit der Band aus der Kantina, wie sie dort gelandet sind und was ihr ursprünglicher Gig auf Tatooine war. Und sie müssen auf einer Gangster-Hochzeit spielen, es kommt zu allerlei Komplikationen. Das ist nett. Es ist eine nette kleine Kurzgeschichte, ein vollkommen okayer Start. Es hat mich nicht umgehauen. Ich habe mir nicht gedacht, oh mein Gott, die Kantina beendet. Das sind die großartigsten Charaktere. Ich will mehr von denen wissen jetzt, nach dem Lesen dieser Geschichte. Nicht wirklich, aber es ist eine gute Story. Und nach einer okayen Story kommen wir zur vielleicht besten Story hier drin. Ein Jägerschicksal. Greedos-Geschichte. Geschrieben von Tom und Martha Veitch. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Tom Veitch, dem Autor von Das Dunkle Imperium und den Jedi-Chroniken. Das hier ist neben seinem gestrichenen Kurzroman Light Sider, der ja inzwischen veröffentlicht wurde, seine einzige Arbeit, was jetzt richtige Texte angeht, anstatt Comics. Und diese Story ist einfach eine glatte 10 von 10 Punkten. Wir folgen hier einfach Greedos Leben vom Kindesbeinen an bis zum Kopfgeldjäger. Er ist so ein richtiger Versager und er tut einem schon leid. Er ist mehr oder weniger dieser Jugendliche. In seinen 20ern kommt er rüber. Und er will sich einfach beweisen als Kopfgeldjäger. Sein Vater war mal einer. Das hat er erfahren und er möchte in diese Fußstapfen treten und der Galaxis zeigen, was er drauf hat. Und er gerät immer wieder mal mit Han Solo aneinander und landet schließlich in den Diensten von Jabba dem Hood. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber Greedo ist ein richtig tragischer Charakter. Man hat am Ende durchaus ein bisschen Mitleid mit ihm. Und das wird im Verlauf dieses Buches noch schlimmer. Also, ein Jägerschicksal ist ein absolutes Highlight. Okay, danach kommen wir zur Geschichte Hammerstab. Die Geschichte der Tonika-Schwestern von Timothy Zahn. Und jetzt denkt man sich, oh mein Gott, Timothy Zahn, die Geschichte muss ja toll sein. Nein, hier zeigt sich für mich mal wieder, was für ein überbewerteter Autor Zahn ist. Hammerstab ist okay. Aber es ist wirklich nicht viel. Im Grunde geht es darum, zwei Mistrill-Schattenwächterinnen, so ein Orden von kämpferischen Weibern, den nur Timothy Zahn in seinen Büchern benutzt, machen so einen Job. Dafür geben sie sich als die Tonika-Schwestern aus und landen auch auf Tatooine in der Mos Eisley Cantina. Und ich will nicht allzu viel spoilern, aber es gibt einen Twist, was dieser Hammerstab ist. Dieses Ding, das sie klauen sollen. Ich finde die Geschichte einfach mittelmäßig. Sie ist schwach. Es bleibt nicht wirklich im Gedächtnis. Das einzig Nennenswerte ist, eine der, also die Hauptcharakteren hier drinnen, ist Shada Dukal. Und sie taucht auf in der Thrawn-Trilogie im letzten Buch und hat dann eine Hauptrolle in der Hand des Thrawn-Trilogie. Und das ist im Grunde auch schon alles. Danach kommen wir zu Spiels noch einmal. Figrin Dan. Die Geschichte von Muftak und Cape. Das ist im Grunde eine Geschichte über zwei ungleiche Freunde, die sich als Kleinkriminelle auf Tatooine durchschlagen. Geschrieben von A.C. Crispin. Einer unterschätzten Autorin. Ich liebe ihre Werke. Die Han Solo-Trilogie. Erstklassig. Sie hat leider nicht allzu viele Kurzgeschichten geschrieben, aber die sind genauso gut. Ich finde diese Story hier ist auch ein wirkliches Highlight. Ich habe es nicht erwartet, denn Muftak und Cape sind solche lahm wirkenden Charaktere, wenn wir jetzt nur davon ausgehen, was die Prämisse ist. Wir schreiben Storys zu jedem der Aliens, die wir in der Cantina-Szene sehen. Da denke ich mir, okay, die beiden sehen lahm aus. Aber A.C. Crispin gibt ihnen so einen Charakter. Es ist einfach schön. Es funktioniert einfach. Das ist, was diese Geschichten machen sollten. Sie sollten mich für diese Hintergrundcharaktere begeistern. Und diese Geschichte spielt es noch einmal für Grindarn. Tut das wirklich, wirklich gut. Danach kommen wir zu Der Sandhüter. Die Geschichte des Hammerkopfes von Dave Wolverton. Diese Geschichte gefällt mir auch sehr. Es geht um den Hammerkopf, den Iturianer, den wir sehen in der Cantina. Und im Grunde, ohne zu viel zu spoilern, das ist die Geschichte eines Pazifisten, der sich gezwungen sieht, einen Mord zu begehen. Und es ist unterhaltsam und auch schon irgendwie witzig. Also bis hierher, die Geschichten, wirklich solide. Und so geht es auch weiter mit der nächsten Story. Brenne mein Herz für mich. Die Geschichte des Barkeepers. Geschrieben von David Bischoff. Es geht um Wu-Herr, den Barkeeper, der ja Droiden hasst. Und er trifft an diesem Tag, an dem Luke Skywalker und Ben Kenobi in die Cantina kommen, trifft er auf einen Droiden in einer Seitengasse. Und dieser ist im Grunde ein guter Mixer für Getränke und Zeug. Aber Wu-Herr will erstmal nichts von dem wissen. Dann kommen wir zu der Szene in der Cantina aus Wu-Herrs Perspektive. Und Wu-Herrs Traum ist es, einen Drink zu mischen, dem der Jabba dem Hut schmecken wird, damit er bei Jabba in die Dienste tritt. Und das trifft dann mit dieser Story aufeinander, dass er diesen Droiden gefunden hat. Und ich möchte nicht allzu viel spoilern, denn das Ende ist richtig, 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 richtig abgefuckt und bösartig. Und oh mein Gott, ein Jägerschicksal, da hat mir Greedo schon leid getan. In seinem Leben. Und wenn ihr diese Story hier lest, tut euch Greedo auch im Tod noch mehr leid. Heilige Scheiße, was für eine Geschichte, was für ein Ende. Danach kommen wir zu Nachtlilie, die Geschichte der Liebenden von Barbara Hambly. Okay, Barbara Hambly, wir wissen, sie ist eine Autorin, die ich nicht mag, basierend auf ihren anderen Romanen, das wissen wir. Aber ich denke, diese Kurzgeschichte ist vermutlich ihre beste Arbeit. Es geht im Grunde nur um so ein Arschloch, das auf Tatooine arbeitet. Er möchte eine Alienfrau ins Bett kriegen. Und so wird es auch beschrieben. Das hier ist die Geschichte mit den meisten deutlichen sexuellen Ausdrücken. Aber es ist witzig. Denn es ist die Geschichte eines Arschlochs, das bekommt, was es verdient. Und es ist unterhaltsam. Es ist nicht so schlecht geschrieben, wie ihre Bücher, was überraschend ist. Der Schreibstil hier ist okay. Das heißt, man kann es lesen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sie nur eine begrenzte Seitenzahl zur Verfügung hatte. Aber ja, Nachtlilie, es ist grundsolide. Ganz ehrlich, Barbara Hambly's beste Story. Ich finde es in Ordnung. Danach kommen wir zu Imperiums Blues. Die Geschichte des Devaronianers von Daniel Keyes Morin. Und das ist einfach nur die Geschichte des Devaronianers, der Teufel, den wir in der Kantine sehen. Und er genießt die Musik. Er ist ein gesuchter Schwerverbrecher. Und es gibt nicht allzu viel zu berichten mit dieser Geschichte. Sie ist okay, aber eher auf der schwächeren Seite. Es hat mir ein gewisser Wumms-Effekt gefehlt am Ende. Das Interessanteste ist wohl, dass diese Geschichte fortgesetzt wird, mehr oder weniger. In Daniel Keyes Morins anderer Kurzgeschichte über Boba Fett aus Kopfgeld auf Han Solo, Tales of the Bounty Hunters. Danach kommen wir zu Tauschbörse. Die Geschichte des Javas von Kevin J. Anderson. Erneut, ein Autor, den ich nicht wirklich mag. Aber das hier ist die am wenigsten geistig behinderte Kurzgeschichte von Kevin J. Anderson. Es geht im Grunde um einen Jawa. Er hat die Schnauze voll, wie die Javas behandelt werden, wie Dreck und Abschaum. Er will, dass sich seine Art endlich zur Wehr setzt. Er kauft sich eine Waffe. Und er will einen Massaker anrichten. Er will seine Artgenossen anstacheln. Ihnen zeigen, dass es auch anders geht. Dass sie aufbegehren müssen. Und es hat ein offenes Ende, das in den anderen Geschichten, die jetzt noch folgen, fortgesetzt wird. Aber ich denke, das ist eine sehr solide Story. Es gefällt mir sehr. Es gefällt mir mehr, über die Javas zu sehen. Und Anderson macht ihre Kultur durchaus interessant in dieser Kurzgeschichte. Danach haben wir Handel siegt. Die Geschichte des Ranatas von Rebecca Moyesta, Kevins Frau. Und das kommt mir vor wie so eine Angelegenheit. Und sie ist an ihren Mann, Kevin, herangetreten. Weil Kevin Anderson war der Editor von diesem Buch. Und sie wollte unbedingt auch eine Geschichte beisteuern. Also hat er ihr eine zugestanden. Die kürzeste. Handel siegt ist die sinnloseste Story. Es geht um diesen Ranata. Er geht in die Kantine. Er will Geschäfte machen mit dem Jawa. Und dann gibt es so einen Twist, dass er den Jawa insgeheim über den Tisch gezogen und ausgeraubt hat. Und es hat keinen wirklichen Punkt. Es verbindet quasi nur das Ende von der Jawa-Geschichte von Anderson mit der nächsten Story, wo diese Storyline aufgelöst wird. Das ist die schwächste Geschichte im Band. Ich habe wirklich nichts hier draus bekommen. Also wirklich gar nichts. Dann kommen wir zu der Geschichte, wenn sich der Wüstenwind dreht. Die Geschichte des Sturmtrupplers von Doug Beeson. Und hier geht es um den Sturmtruppler, der diese Teile von R2 und 3PO in der Wüste findet, bei der Rettungskapsel. Und wie er sich insgeheim vom Imperium abwendet, weil er sieht, wie grausam das Imperium ist. Und er wechselt hier insgeheim die Seiten. Und es ist eine nette Story. Es hat auch eine kleine Verknüpfung zu das Imperium schlägt zurück. Denn dieser Sturmtruppler, er bekommt es mit AT-ATs zu tun, in der Ausbildung. Und er bemerkt einige Schwachstellen im Konzept. Und weil seine Vorgesetzten sowas nicht mögen, versetzen sie ihn nach Tatooine. Also abgeschieden von allem, damit niemand von diesen Schwachstellen erfährt. Es ist nett. Es ist eine gute Geschichte. Hat mir Spaß gemacht. Danach kommen wir zur Kurzgeschichte, die Suppe ist fertig. Die Geschichte des Pfeifenrauchers von Jennifer Robeson. Es geht um Danik Jericho, den komisch aussehenden Pfeifenraucher. Und ich muss ihr hier ein Kompliment machen, der Autorin. Sie schafft es, diesen lächerlich aussehenden Charakter cool zu machen. Denn Danik Jericho ist ein geisteskranker Ansati-Serienmörder. Er ist ein Vampir, ein Rotzwampir, wie sie auch genannt werden in Star Wars. Ansati saugen ihren Opfern quasi den Verstand aus, über Tentakel, die ihnen aus den Nüstern fahren. Es ist ziemlich abgefahren und die Story ist im Grunde nur... Danik Jericho redet in der ersten Person davon, was er ist, wer er ist. Er ist in der Kantine, er sieht Han Solo und er will Han Solos Suppe kosten, also seinen Verstand aussaugen und ihn umbringen. Nette Story wird auch fortgesetzt in der Kurzgeschichtensammlung Palast der Dunklen Sonnen. Danach kommen wir zu Am Kreuzweg, die Geschichte des Raumfahrers von Jerry Oltian. In dieser Geschichte geht es um Bo-Sheck, jedermanns Lieblingscharakter. Bo-Sheck. Ihr erinnert euch doch sicher an Bo-Sheck. Es ist in der Kantine-Szene, als Obi-Wan erst mit diesem einen Raumfahrer spricht und der verweist ihn dann weiter an Chewbacca. Und dieser Raumfahrer ist Bo-Sheck. Und Bo-Sheck ist der coolste Charakter überhaupt. Er ist besser als Han Solo, er hat gerade den Kesselflug gemacht, er war schneller als Han und Chewie. Zudem hat er eine leichte Verbindung zur Macht und er spricht ganz kurz mit Obi-Wan über die Macht in dieser Kantine-Szene, bevor er ihn an Chewie weiter verweist. Und dann muss Bo-Sheck vor den Imperialen flüchten auf Tatooine. Mann, diese Geschichte ist wirklich lahm. Das ist einfach nur... Es hat nicht funktioniert. Der versucht diesen Charakter interessant zu machen. Einfach fehlgeschlagen. Es gibt tatsächlich eine Fortsetzung hiervon in der Star Wars Empire Comic-Reihe. Das hier ist im Grunde auch eine der schlechteren Storys hier drin, aber es hat Bo-Sheck. Und ich meine, Bo-Sheck ist Bo-Sheck. Das müssen wir auch eingestehen. Danach geht es weiter mit Dr. Tod. Die Geschichte von Dr. Everson und Ponda Baba von Kenneth C. Flint. Und auf die Geschichte war ich besonders gespannt. Kenneth C. Flint ist ja der Autor des gestrichenen Romans, The Heart of the Jedi, welcher ja veröffentlicht wurde 2015. Ich habe es reviewt. Und das hier war quasi eine Entschuldigung, dass sie seinen Roman gestrichen haben, aber sie haben ihm gesagt, hey, du kannst ein paar Kurzgeschichten schreiben. Und das ist jetzt eine davon. Die andere ist auch in Palast der dunklen Sonnen. Und hier geht es um Dr. Everson und Ponda Baba nach den Ereignissen in der Kantine. Also es ist quasi zusammenhanglos mit der Szene. Das ist einfach ein Abenteuer von den beiden danach. Ponda Baba hat die Schnauze voll von Dr. Everson, weil er wegen ihm den Arm verloren hat. Und Dr. Everson führt Experimente durch auf Ponda Babas Heimatplaneten. Er will den Verstand von Leuten quasi von einem Körper in den anderen wechseln. Er hat da richtige Frankenstein-Methoden entwickelt. Und einige seiner ehemaligen Feinde, die er verstümmelt und über den Tisch gezogen hat, machen Jagd auf ihn, wollen ihn umbringen. Es ist eine abgefuckte Horror-Story. Und eine der stärksten im Band. Das hier macht einfach nur Spaß. Und es ist tatsächlich Verknüpfungen vorhanden mit Everson. Denn er taucht ja wieder auf in der Buchreihe Galaxy of Fear. Und das passt perfekt miteinander zusammen, mit seinen Experimenten. Und der Charakter Ponda Baba taucht ja auch wieder auf in Heart of the Jedi. Da hat er einen kleinen Cameo, wenn ich mich nicht täusche. Sehr geile Story. Danach geht es weiter mit Zeichne die Karten des Friedens. Die Geschichte des Feuchtfarmers von M. Shane Bell. Die Geschichte ist sehr interessant. Ein Feuchtfarmer möchte Frieden schaffen zwischen den Tusken, den Menschen und den Jawas. Und er muss dann auf die harte Weise feststellen, dass es zu einem Frieden nicht kommen kann, weil das Imperium keinen Frieden auf dem Planeten möchte. Ich erinnere mich nicht daran, einen Feuchtfarmer gesehen zu haben in der Kantiner-Szene, aber ich bin sicher, der hockt da irgendwo im Hintergrund. Also, die Story ist gut. Sie macht Spaß. Dann kommen wir... Es ist vielleicht doch mein Favorit, weil sie so seltsam ist, die Story. Eine letzte Nacht in der Mos Eisley Bar. Die Geschichte des Wolfmannes und der Lamproiden von Judith und Garfield Reeve Stevens. Die Rahmenhandlung dieser Geschichte spielt zur Zeit von die Rückkehr der Jedi-Ritter bei der Schlacht von Endor. Der Wolfmann ist Teil der Rebellenallianz und er fliegt bei Endor einen Sternenjäger. Und er wird abgeschossen und er droht abzustürzen und zu sterben. Und währenddessen hat er Flashbacks zu seiner ersten Begegnung mit der Lamproiden. Und die beiden haben sich in der Mos Eisley Bar kennengelernt. Sie wurden ein Liebespaar, haben sich der Rebellion angeschlossen, haben auch bei Hoff gekämpft. Und ich nehme an, sie war machtsensitiv. Und wir bekommen hier diese verworrene, ineinander verflochtene Story, in welcher die Gedanken des Wolfmanns immer zu dieser ersten Begegnung in der Mos Eisley Bar zurückkehren. Und wie er immer wieder diese erste Begegnung mit ihr durchlebt, in seinen letzten Momenten, als er stirbt. Und ich nehme an, der Wolfmann und die Lamproiden sind machtsensitiv. Denn sie werden am Ende mehr oder weniger zu Machtgeistern, existieren auf ewig weiter in dieser anderen Realität. Es ist eine abgedrehte Kurzgeschichte. Aber ich finde es wirklich, wirklich stark. Und ganz ehrlich, 10 von 10 Punkte als Abschluss dieser Sammlung. Insgesamt Sturm über Tatooine. Es ist möglicherweise die beste von diesen drei Sammlungen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Hier sind zwei, drei schwächere Geschichten drin, meiner Meinung nach. Aber der Rest ist so unfassbar stark. Und das Gesamtpaket. Dieses Buch ist wirklich großartig. Es macht Charaktere interessant, bei denen man sich denkt, ja, wie sollen die interessant sein, juckt mich nicht. Aber die Autoren schaffen hier wirklich, die leisten hier wirklich ganze Arbeit. Also, falls ihr Sturm über Tatooine noch nicht gelesen habt, tut es. Falls ihr Interesse daran habt, mehr über diese Wesen zu erfahren. Aus der Cantina-Szene. Dann lest es. Ich finde, die Tales-Bücher sind allgemein ziemlich unterschätzt. Und das hier ganz besonders.